Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, herzlich willkommen in der ersten und vielleicht nicht letzten digitalen Ausgabe von Ort zur Welt. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, wie schön es wäre, wenn Sie jetzt natürlich alle live hier im Raum wären. Wir vermissen Sie wirklich sehr. Aber wir sind auch guter Dinge, dass es hoffentlich auch bald wieder möglich ist, Sie hier wirklich live und lebendig im Körperforum begrüßen zu dürfen. Heute Abend haben wir zwei ganz besondere Gäste aus Berlin weit angereist unter den heutigen Zuständen. Das Duotanin, das heute Abend aus ihrem neuen Album Ferne uns einen wunderbaren, bezaubernden Abend kreieren werden. Ich darf mich auch vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Bahara Shanay. Ich bin Programmmanagerin im Bereich Kultur der Körperstiftung und darf Sie heute Abend durch den Abend führen. Die Konzertreihe Ort zur Welt, viele von Ihnen oder einige von Ihnen kennen das bereits, besteht in der Regel aus einem Konzert, einem Gespräch und einer Installation, die alle Formate dienen dazu, letztendlich die Musik, die wir heute Abend auf der Bühne führen, möglichst mit allen Sinnen erfahren und erleben zu können. Vieles davon fällt natürlich leider heute Abend weg, aber wir versuchen, so gut es geht, die Energie und die Kraft, die die Musik hier auf der Bühne hat, über die digitalen Medien, die wir heutzutage haben, Ihnen möglichst hautnah zu vermitteln und Ihnen so nah wie möglich nach Hause zu bringen. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim heutigen Abend und viel Freude beim Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und zugleich, muss ich sagen, auf der einen Seite habe ich mich gefühlt wie die alten persischen Großkönige, Kyrush und Darius und Konsorten, die wahrscheinlich so ein Erlebnis öfter hatten, dass sie quasi ein Privatkonzert genießen durften. Und genauso einsam habe ich mich aber auch gefühlt. Tatsächlich habt ihr beide nämlich nur für mich und für unsere lieben Kollegen an der Technik gespielt. Wie war das eigentlich für euch? Ja, schon sehr ungewöhnlich. Dann hat man irgendwie alles gegeben und dann ist Ruhe und dann kommt halt nichts in dem Moment. Aber du hast vielleicht gewerkt, manchmal habe ich auch zu dir geguckt, da war ich so, ah ja doch, wir haben eine Zuschauerin, die nur zuhört. Und ja, in der Musik selber kann man dann einfach in die Musik reingehen, aber klar, die Resonanz fehlt einem trotzdem. Absolut, aber es war sehr spannend. Also für mich als Zuhörerin, die wie gesagt sehr beglückt war, zugleich entsteht auch eine Einsamkeit, also auch eine Resonanz, die man sonst auch im Publikum hat, fehlt ja. Also man schwingt und fühlt ja miteinander mit, wenn man Musik hört und das hat jetzt gerade gänzlich gefehlt. Aber ich habe mich schon gefragt, wie es für euch ist. Hat es so eine Situation in der letzten Zeit öfters gegeben? Oder war das jetzt, hatten wir die Ehre, euch zum ersten Mal nach der langen Lockdown-Stille zu hören? Also für mich war es das erste Mal persönlich, dass ich so ein Streaming-Konzert spiele. Ja, davor waren immer, also Konzerte mit Live-Publikum. Ja, ich habe einmal schon so ein Streaming gespielt, aber das war kein ganzes Konzert, sondern nur so zwei Songs. Ja, das ist schon nochmal anders. Also wir werden heute Abend nicht nur über das C-Thema sprechen oder gar nicht im besten Fall, weil ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben in der letzten Zeit genug davon gehabt und wir ignorieren das Thema. Wir haben das jetzt kurz eingerissen. Mich würde interessieren, vielleicht ganz kurz, wenn ihr umreißen könntet, wo ihr euch das erste Mal begegnet seid und wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Also zuerst sind wir uns begegnet bei einem Konzert von Missa, da haben wir uns einfach mal Hallo gesagt irgendwie und dann gegenseitig so ein bisschen in den Radar bekommen und dann... Genau, und dann war es irgendwie, wurde zeitgleich zu meinem Anliegen, einen Percussionisten zu finden, der sich sowohl mit orientalischer Musik gut auskennt, wie auch mit anderen Musikrichtungen und Sebastian habe ich ja oberflächlich erst mal kennengelernt und dann wurde durch einen Musikerkollegen mir nochmal vorgeschlagen, dass ich auf jeden Fall ihn kontaktieren soll und er wäre die gute Adresse und die richtige Adresse. Also für meine Idee und dann habe ich ihn kontaktiert und... Genau, dann haben wir irgendwie geprobt und für mich ist das irgendwie auch so ein lange gehickter Traum, weil ich immer mit Camanche spielen wollte und dann war irgendwie ziemlich schnell klar so, also er kam da an mit so einem Riesenpaket von Stücken und er so, krass, ja die müssen wir aufnehmen. Und so kam es dann zu dieser CD-Ferne, die jetzt 2019 erschienen ist. Genau. 2019 erschienen und ihr hattet vorhin erwähnt, dass ihr tatsächlich auch zeitgleich an einer neuen CD gerade arbeitet. Heißt die dann Nähe hoffentlich nach den letzten eineinhalb Jahren oder worauf arbeitet ihr jetzt hin? Was wird es als nächstes zu hören geben von euch? Genau, also wir haben weitere Kompositionen, die darauf warten aufgenommen zu werden und ich stelle mir... Der Name steht noch nicht fest. Genau, das müssen wir auch irgendwie festlegen. Aber also die Stücke sind fertig, fast alle. Wir werden nach diesem Konzert allmählich anfangen, so intensiver daran zu arbeiten und es gibt natürlich auch finanzielle Aspekte und so weiter. Aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr die zweite CD aufnehmen können. Okay, und wenn ihr von der CD oder von eurer Musik spricht, wie kann man sich das vorstellen? Dann entsteht das gemeinsam an einem Komponiertisch oder ist es eher so, dass du komponierst und Sebastian seine Stimme dazu ausdenkt? Und wenn du überhaupt für Sebastian komponierst, gibt es tatsächlich echte Noten? Also wird das auf Papier notiert oder entsteht das mehr in eurer gemeinsamen Kommunikation? Also da ist es so, dass wir jetzt bei der letzten CD, das sind eigentlich alles Misaks Kompositionen und ich bekomme die Noten, aber da sind nur seine Noten drauf und ich mache, was ich will und das Schöne ist in der Zusammenarbeit, dass ich wirklich viel Freiraum habe. Ich erlässe mich einfach meine eigenen Ideen finden und auch meine eigenen Begleitungsstimmen erfinden und dadurch komponiere ich quasi meine Stimme. Und in der nächsten CD gehen wir vielleicht bei manchen Stücken noch ein Stück weiter, dass ich ihm Rhythmusideen reiche und er über diese Ideen dann auch komponiert oder so. Also genau, dass wir dann noch stärker in die Interaktion gehen. Und ist es dann so, dass, weil du meintest, du machst dann das, was du gerne möchtest, Misak, bist du dann damit auch zufrieden? Das kannst du doch jetzt hier nicht fragen. Und wenn nicht, wie kommuniziert man so etwas? Natürlich, wir gehen einfach ins Gespräch und Diskussion und wie gesagt, wir befassen uns wirklich auch in einer ehrlichen Weise mit der Musik, die wir schreiben. Und wir versuchen, das Beste daraus zu holen. Also Sebastian hat immer Vorschläge, ich auch. Und es baut sich einfach so auf. Also eine Idee entsteht, vielleicht ich bringe ein Stück oder so. Und wie gesagt, bei der zweiten CD ist es so, dass Sebastian auch einige Kompositionen mitbringt. Und wir diskutieren darüber, weil wir unsere Instrumente natürlich besser kennen. Und dann entsteht daraus. Genau, aber sonst sind wir schon stark im Austausch. Ich schlage ihm was vor, ich höre jetzt das Instrument und vielleicht mache ich hier so einen Gegenrhythmus oder gehe ich hier mit oder so. Aber prinzipiell ist ja, also improvisiere ich, tänzele ich gerne dann so drumrum und dann sagt er jetzt nicht zu jeder Idee, die ich habe, was oder so. Aber es ist dann auch mal andersrum, dass ich zu ihm sage, ah, dieser Teil, da können wir den nicht irgendwie da weiter hinten hinsetzen oder vielleicht sogar rausnehmen. Oder was ist, wenn du da, also wir geben uns da gegenseitig schon Feedback, was wir cool finden. Es gibt also keine Streitereien in der Hinsicht. Okay, ich habe nämlich mal nachgeschlagen vorhin tatsächlich, es trennen oder es verbinden euch ja 5.872,4 Kilometer. Du bist in Mashhad geboren, in der Provinz Mosandaran im Iran und du bist in Freiburg geboren. Das ist schon ein großer Unterschied und ihr trifft euch oder ihr habt euch getroffen vor jetzt zwei Jahren, zwei Jahren in Berlin. Das ist schon so, dass ihr aus zwei verschiedenen Welten kommt. Macht sich das in eurer Arbeit oder auch in eurer zwischenmenschlichen Kommunikation manchmal bemerkbar? Gibt es da Missverständnisse? Gibt es vielleicht sogar im Gegenteil eine sehr gute Basis von Verständnis, obwohl ihr aus so zwei verschiedenen Polen kommt? Wie würdet ihr das beschreiben? Also für mich überhaupt nicht. Das ist genau, wie gesagt, mein Gedanke gewesen von Anfang an, dass ich mit einem Musiker zusammenarbeite, der nicht unbedingt aus Iran stammt. Damit wir wirklich, also so gut es geht, versuchen, einen neuen Weg zu gehen. Dass mein Musikpartner sozusagen die Ideen aus dem Bereich mitnimmt, den ich nicht unbedingt kenne. Und deshalb war es mein Anliegen, so einen Musiker zu finden. Und deshalb finde ich, das ist eine gute Basis für mich. Und das Spannende ist halt auch, dass ich viel über persische Literatur, Kultur gelernt habe, kennengelernt habe, dort gewesen bin, gelesen habe, Freunde habe, die aus Iran stammen. Und Misak auf der anderen Seite aber auch sehr viel Interesse an europäischer Kultur hat. Und dadurch haben wir einen großen gemeinsamen Respekt, aber auch einen gemeinsamen Grund, einfach in einem künstlerischen Hintergrund, weil wir kennen schon viele ähnliche Musik zum Beispiel. Was man jetzt trotz der vielen Kilometer vielleicht nicht denken kann. Also das Interesse ist, besteht nicht nur in der Musik, sondern auch in anderen Bereichen. In der Literatur zum Beispiel haben wir schon auch vor zwei Jahren festgestellt, dass wir beide gerne lesen oder auch uns mit anderen Themen befassen. Und wo wir von Herkunft sprechen, vielleicht magst du Misak einmal ganz kurz nochmal was zu dir sagen, zu deiner Kindheit, wie du zur Musik überhaupt gekommen bist, mit welchem Instrument du angefangen hast. Das war nämlich nicht von Anfang an die Khamonche. Richtig. Ich habe relativ früh angefangen, mit sieben habe ich ja erst mit der Geige angefangen, habe sozusagen die Ausbildung genossen mit einem sehr guten Lehrer in meiner Heimatstadt. Und nach und nach habe ich für mich festgestellt, dass, weil ich ja persische Musik gelernt habe, persisches Repertoire, und habe ich ein bisschen festgestellt, dass Khamonche klanglich viel mehr zu dieser Art Musik passt als Geige. Und deshalb habe ich nach zwei, drei Jahren, also mit elf so ungefähr, habe ich Khamonche in die Hand genommen und seitdem geht es so weiter. Und seit wann bist du eigentlich in Deutschland? Seit 2006. Wie kam es dazu? Verschiedene Gründe, also zum einen Studium, hier habe ich Elektrotechnik studiert, musikalisch war vielleicht der wichtigste Grund, wieso ich ausgewandert bin. Und der Grund ist, dass ich, wie viele andere Musiker im Iran meiner Generation, überhaupt keinen Raum bekommen habe, musikalisch tätig zu sein, unsere Kunst zu präsentieren. Eure Kunst zu präsentieren heißt was? Also wir beide wissen, was damit gemeint ist. Kannst du das ein bisschen näher schildern, was für Regressionen wirklich im Iran herrschten oder auch nach wie vor herrschen? Also mit der Regression meine ich, so wie vielleicht einige kennen, seit vier Jahrzehnten nach der Islamischen Revolution, gibt es leider immer noch diese massive Einschränkung der Freiheit der Kunstausübung sozusagen. Leute werden ausgebildet, es gibt so viele Talente, so viele wirklich großartige Musiker und nicht nur Musiker, sondern andere Kunstbereiche, auch Künstler generell. Aber die bekommen, die haben mit vielen Schwierigkeiten zu tun, die werden wirklich unterjocht. Die sind massiven gesellschaftlichen und politischen Einschränkungen ausgesetzt. Und würdest du sagen, das hat die Kreativität und diesen künstlerischen Impuls noch genährt oder ist es wirklich so, dass da sehr vieles auch erstickt wird unter so einer Atmosphäre? Es ist sehr schwierig. Also für mich habe ich so festgestellt, dass ich tatsächlich in Deutschland mich viel intensiver mit der persischen Musik befassen konnte als im Iran. Ja, das ist traurig natürlich. Das denkt man sich so nicht. Aber es ist so. Also man bekommt natürlich, diese Musik ist hierzulande fremd, ist klar. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit und auch die Ruhe, dich damit zu befassen und dich darin zu vertiefen und natürlich dich weiterzuentwickeln. Ich glaube, muss ich leider sagen, ich glaube nicht, wenn ich in Iran gewesen wäre, geblieben wäre, hätte ich mich so weiterentwickeln können. Das heißt, du musstest quasi aus deiner eigenen Heimat herausgehen, um dich der Musik deiner Heimat zu widmen zu können. Und zugleich bist du aber auch sehr interessiert an der europäischen und im Speziellen an der deutschen Sprache und Kultur, wie man ja hört. Nach 15 Jahren ein exzellentes, besser als ich Deutsch sprechen kann. Ich bin damit so lange hier. Super. Und Sebastian, wie ist es bei dir? Du bist in deiner Heimat geblieben, was auch immer das Wort Heimat bedeutet. Aber du hast deine Leidenschaft für die, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, orientalische Musik oder Kultur entdeckt. Wie kamst du dazu? Ja, also das hat angefangen mit der CD-Sammlung meines Vaters, dass ich da irgendwie mich in so eine persische Musik-CD verliebt habe. Und dann ging das weiter. Also ich habe... Ich habe mit Schlagzeug angefangen und habe in der Zeit auch sehr viel Skulpturen gemacht mit den Fingern. Und ich mochte das einfach, dieses Gefühl, was du in den Fingern hast. Und dann dachte ich irgendwann, warum spiele ich eigentlich nicht mit den Fingern? Und habe dann einen Lehrer gesucht und einen türkischen Lehrer in Freiburg gefunden. Und habe dann in Leipzig eben Perkussion studiert. Und bin dann auch ein Jahr nach Istanbul, um dort auch die Sprache zu lernen und genau, dann vor Ort einfach zu studieren nochmal und einzutauchen nochmal anders in die Kultur. Und ja, für mich ist das einfach, das hat mich da hingezogen. Also es ist, ja, diese Feinheit, die die orientalische Perkussion hat, die finde ich einfach toll. Und würdest du jetzt sagen, als Schlagzeuger, der du ja nun mal bist, du bist ausgebildeter Jazz-Drummer. Hast du dich eigentlich vom Jazz entfernt oder bist du in beiden Kulturen sozusagen beheimatet, musikalisch? Also ich habe mich jetzt schon spezialisiert auf, also eher so, ja halt dieses Instrumentarium. Also ich spiele jetzt kaum noch Drumset. Aber das hat mich schon geprägt. So und jetzt zurzeit mache ich jetzt an westlicher Musik statt Jazz eher dann neue Musikprojekte, weil da oft auch dann so solche Projekte, die halt noch freier sind, die man noch nicht gehört hat oder auch die jemand komponiert hat, der vielleicht aus dem Iran kommt oder aus der Türkei. Und da gibt es auch viele Projekte, die in die Richtung gehen. Und da mache ich auch sehr gern mit, diese Klangerforschung da mitzumachen. Und manchmal aber auch alte Musik, weil das vergisst man manchmal, dass dieses Instrumentarium bis zum Barock, also noch stark in Renaissance und davor, auch hier in Deutschland gespielt worden ist, was man in vielen alten Bildern sehen kann. Und da bin ich auch in manchen Ensembles manchmal tätig. Das Instrumentarium, was wir jetzt hier sehen, ich glaube außer die Kerzen und der Beischältisch und die Pflanze, das sind ja alles Instrumente um dich herum. Magst du die vielleicht einmal ganz kurz anspielen? Also vielleicht einen kurzen Klang jeweils, dass man einmal vielleicht hören kann, wie diese Instrumente jeweils klingen. Ich kann dir jetzt leider nicht helfen, mein Mikro halten. Ja, aber hier sind ja auch. Genau, also das ist die Rahmendrommel. Das ist sehr spannend bei dem Instrument, weil das passt auf der ganzen Welt. Es gibt viele Kulturen, also zum Beispiel in Süditalien und in Italien gibt es eine Rahmendrommelkultur. Dann in Irland, in Brasilien, aber vor allem halt in der Türkei, im arabischen Raum. Und man kann auch, also es gibt auch in Iran, die DAF, auch eine Rahmendrommel. Und man kann mittlerweile halt diese Kulturen in dieser Trommel wunderschön zusammenführen. Genau, es ist einfach ein Holzrahmen, ein Feld auch, also eine sehr archaische Trommel. Kannst du einmal noch ganz kurz, bevor du sie legst, zeigen, welcher Klang aus der DAF sonst noch herauskommen kann? Weil es gibt ja auch um den Rahmen herum noch so kleine... Ja, also man kann halt verschiedene, also manche Tombaugh-Techniken auch drauf anwenden. Genau, also... Okay, aber meistens auf dem Bein, also... Achso, man kann sie auch so spielen. Genau, das wäre jetzt die persische Spielweise. Dann hält man sie so in der Hand, aber da sind dann in der persischen Variante noch Ketten drin. Ach, da sind keine Ketten, okay. Hier sind Ketten nicht, was ich nenne. Gut, wunderbar. Genau. Und das ist die Darabuka. Und das ist ein Keramikkörper. Auch mit einem Fell. Und ja, die wird sehr stark in... Kommt eigentlich aus Ägypten, aber in der Türkei. Also mein Lehrer, Messele Ahmed, der ist Darabuka-Virtuose. Und das ist auch spannend, weil die Split-Hand-Technik, die er entwickelt hat, die ist auch aus Indien inspiriert. Also da kommen dann auch verschiedene Musikkulturen, irgendwie reichen sich die Hand. Er spielt sie ein bisschen anders als die Inder, aber genau. Und das ist die Darabuka. Die ist so ein bisschen am ähnlichsten der persischen Tombaq noch. Und dem, was ich spiele. Genau. Und dann später werde ich die Udo spielen. Genau. Das ist eine reine Tondrommel, eigentlich eine Vase. Kann man jetzt hier in Blumen reinstellen. Mit einem Loch. Und sie hat ihren... Also da gibt es eine Form im Iran, aber auch in Afrika. Genau. Und... Das ist nicht zum Kochen geeignet, ne? Weil das erinnert ein bisschen an die... Ich habe es noch nicht probiert. Also mal gucken. Genau. Und dann... Da gibt es noch einen spannenden Stein bei dir. Also was? Die waren übrigens den noch. Genau. Das ist ein Basaltstein. Das habe ich jetzt noch machen sollen. Wo mache ich das jetzt hin? So. Genau. Und da war ich auf einem Konzert von einem französischen Schlagwerker. Und der hat nur auf Steinen und Becken gespielt. Und ich war total fasziniert, weil auch seit dieser Skulpturenphase habe ich irgendwie zu Stein auch so eine ganz spezielle Verbindung. Und dann habe ich einfach mit ihm geredet und er hat mir diesen Stein geschenkt. Also die sind irgendwie aus so einem speziellen Ort in Frankreich. Und er hat halt verschiedene Tonhöhen und ganz feine Klangnuancen. Achso, jetzt muss ich eigentlich da reinsprechen. Zu spät. Genau. Also der ist so eine Art singender Stein. Und man kann ihn halt aufs Becken drauf machen. Dann gibt es wie so einen natürlichen Halleffekt da noch rein. Ja, und sonst, genau, habe ich hier noch so ein bisschen von einer Tour in China so ein paar Gongs mitgebracht. Einfach. Du sitzt auf einer, genau. Du sitzt auf einem Instrument. Ja, das ist die Cajon. Das ist eine reine Holztrommel. Eine Holzkiste, die jetzt in Südamerika, dann eigentlich aus Südamerika kommt. Also Peru ist das Heimatland der Cajon, aber jetzt auch im Flamenco sehr stark. Genau. Es gibt einfach unglaublich viele Themen, über das wir heute Abend noch sprechen könnten. Und nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht dabei sein können. Es wird auch, wir haben heute den ganzen Tag eigentlich gedreht. Es wird sehr viele interessante, kleine Videos geben, die Sie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen bei uns über unsere Facebook- und YouTube-Kanäle verfolgen können. Deswegen, ich möchte euch wirklich nicht erschöpfen. Bevor wir jetzt zu den letzten beiden Stücken kommen, würde ich gerne, Misak, dass du einmal nochmal dein Instrument ganz kurz und knapp, so kurz es geht, einmal vorstellst. Einmal die klassische Spielweise, uns einmal zeigst und im Vergleich dazu die Spielweise, die du selber entwickelt hast. Genau. Also das Instrument nennt sich Kermansche. Das kann man als Kniegeige oder Stachelgeige übersetzen. Das ist ein persisches Streichinstrument. Ähnliche Bauformen mit ein paar Änderungen gibt es auch in Nachbarländern wie Armenien, Georgien, Türkei, Aserbaidschan und so weiter. Afghanistan auch. Genau, also das Instrument besteht aus einem runden Resonanzkörper, wie man sieht, aus dem Walnussholz oder Maulbeer. Darauf ist in der Fell meistens Fischhaut bespannt und das erzeugt eine bestimmte Klangcharakteristik, was mich immer sehr angesprochen hat. Das ist eher nasal und rauchig und introvertiert und im Vergleich mit Geige ist es nicht brillant und nach außen gekehrt und extrovertiert. Und das gefällt mir ganz gut, weil das entspricht irgendwie ein bisschen meinem Inneren. Genau, die Techniken, also traditionelle Kermansche hat, würde ich sagen, keine so richtig markanten Techniken. Es gibt natürlich tolle Musiker, die in den letzten Jahren versucht haben, etwas beizusteuern. Okay, wunderbar. Und die nächsten beiden Stücke, die wir hören, könntest du sagen, kann man das vergleichen mit einem Modus, was der europäische Musik... Genau, also die beiden Stücke sind auch in Schuhe. Also dieses Album ist fast, also 70 Prozent der Stücke sind in diesem Modus Schuhe. Und die beiden Stücke, die wir gleich spielen werden, sind auch in Schuhe, also in diesem Modus. Wunderbar, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Und ich freue mich jetzt sehr stellvertretend für das ganze Publikum, die letzten beiden Stücke zu hören. Und ja, wünsche noch weiterhin viel Spaß. Danke. Danke. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.